Ich grüße euch, liebe Kinder Gottes, Halleluja zu Aschalani, the Lord. Ein Halleluja auch dafür, dass es Menschen gibt, die Kaffeebohnen pflücken. Ein Dankeschön dafür, dass Menschen Früchte pflücken und dazu bringen, dass sie gebracht werden in Verpackungen wie Holzkisten oder andere Möglichkeiten, dass sie zu den Wegen kommen in die Geschäfte, dass man es dann holen kann. Schön, dass man sich selbst auch Bäume anpflanzen kann im Garten oder dort, wo man wohnt. Ein Dankeschön, dass ich ein Haus geschenkt bekommen habe. Also ich habe es nicht geschenkt bekommen, ich habe dafür bezahlt, von meinem Konto. Und ein Dankeschön, dass Sandy, dass es ihr gut geht. Und Halleluja nochmal zu euch, Adonai, dem Herrn. Und freut euch, freut euch über alles, was rund um euch passiert. Macht euch nicht Gedanken darum, dass ihnen das schief geht. Also macht euch keine Sorgen. Seid immer freundlich zueinander. So gut geht, natürlich. Und 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 Ja Ich danke Gott dem Vater für das, dass alles, was er an meinem Gebet erhört hat, dass jeder jetzt, ab jetzt, weil ich mir als neuestes Gebet erbeten habe, dass Zähne nicht mehr kaputt werden können, sondern auch nicht mit Karies befallen werden können, sondern sondern wirklich gesund bleiben. Und Ja Es ist heute Abend, es ist schon dunkel, deswegen ist es so finster. Aber die Nachricht, die ich gesprochen habe, die kommt rüber. Also ich liebe euch alle und überhaupt die Ich Vor allem, also die, die das sehen, sollen merken, dass mein Kanal viel bietet. Und zwar eben Fun-Videos mit der Mar und mit mit der mit der Holzgiraffe, die ich gemacht habe. Und dann die Parfum-Videos in der ich mit meiner Nase schnüffle was es für Ingredienzen drin sind und und auch auch mal präsentiere, welche Parfums es gibt, welche Marken, welche Firmen und also welche Häuser, man könnte es Häuser bezeichnen. Das Haus Amourage, das Haus Parfums oder Parfums de Mali, das Haus Baikilian, das Haus nebenbei von Kilian Hennessy, Hennessey, dann das Haus Emporio Armani und viele andere Häuser wie Bougeron und dann habt ihr nicht nur die Parfum-Videos und die Fun-Videos, ihr habt auch die Glaubens-Videos, wer sich dafür interessiert und dann habt ihr noch die Musik-Videos, die für euch bereitgestellt sind, meine Zuschauer, und die Elektromagnetik-Propulsions-Videos, die auch nicht zu verachten sind, sondern zu schätzen sind. Und zwar zu schätzen sind in dem Sinn, weil es wirklich eine vernünftige Geschichte ist, mit solchen Elektromagnetik-Propulsions-System-Engine Fahrzeuge zu fahren. Das sage ich euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch so ein Fahrzeug zuzulegen, das auf Magnetismus passiert und nicht auf fossilen Brennstoffen und ganz leise fährt, mit Navigationssystemen und allem drum und dran, mit Komfort und großem Stauraum, dann legt es euch zu. Für die englisch-speaking people, I have a message to you. I praise Asha Donai, the new Lord. He's the king of the universe and I love him, by the way. And everything has got its reason. Be excellent to each other and party on, dudes. Okay. Danke, meine Brüder und Schwestern. Thank you, my brothers and sisters. And good night oder good day or good sleep time or good wake time. Schlaft gut oder seid wach oder was ihr mir auch tut, freut euch daran. Okay. Also dann. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Manuel zu Elos City und bleibt gut drauf, okay? Also dann. Tschüss. 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 zué. ! tree Die aus.